willkommen zu einem neuen unboxing backstage video und ja hier in diesem video möchte ich kurz einmal die kommenden produkte wieder zeigen die ich in den unboxing videos vorstellen werde das ist zum einen ein toller günstiger kopfhörer mit klinken stecker und ja man kann zweiten kopfhörer dazuhängen also da wird es ein unboxing video geben dann habe ich hier ein bluetooth mini lordsprecher auch davon wird es ein unboxing video geben dann habe ich hier ein usb lade und datenkabel dass man als armreifen verwenden kann also als armband verwenden kann und so immer ein lade und datenkabel mit hat davon wird es ein video geben und dann gibt es hier eine steckdosenleiste eine sechsfach steckdosenleiste mit abschaltfunktion und einen flachen stecker damit das auch hinterm kasten platziert werden kann aber das werde ich dann genau genau in den videos vorstellen also diese produkte wird es in den kommenden videos geben und ja freut euch schon drauf es sind tolle produkte und die wird es höchstwahrscheinlich noch vor weihnachten in den unboxing videos zu sehen geben ein